Amalie Sieveking war eine Frau, die im 19. Jahrhundert gelebt hatte und die sich bewusst für die Ehelosigkeit entschieden hat. Sie wollte mit ihrem Leben zeigen, dass eine unverheiratete Frau die gleiche Würde und den Wert hat wie eine Verheiratete. Sehr kreativ hat sie ihr Leben und ihre Leidenschaft in andere Menschen investiert. Ich habe Respekt vor dieser Frau und ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht die gleiche Berufung hatte wie Sie.